I am the Jochen and this is the Frühsport für Samstag, den 8. Januar 2021. Schönen guten Morgen. Wir starten mit Fußball, denn die Bundesliga hat wieder angefangen. Das erste Spiel im Jahr 2022 ging an Borussia Mönchengladbach, denn die haben gewonnen mit 2 zu 1 bei den Bayern in der Allianz Arena. Und ja, damit ist die Bundesliga, ich will nicht sagen wieder spannend, so kann man es glaube ich auch nicht formulieren, aber zumindest haben die Bayern mal wieder Punkte gelassen. Und das ist natürlich die Chance, dann heute für die Verfolger zumindest ein bisschen was an Boden gut zu machen. Beispielsweise Borussia Dortmund, die spielen um 18.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt live auf Sky Bundesliga. Und bereits am Mittag gibt es um 15.30 Uhr die große Nachmittagskonferenz mit 5 Partien. Liederwehren, Leverkusen gegen Union Berlin, Leipzig gegen Mainz, Freiburg gegen Bielefeld, Greuther Fürth gegen Stuttgart und Hoffenheim gegen Augsburg. Alle Spiele live natürlich auf Sky Bundesliga einzeln oder in der Konferenz. Zweite Liga und Dritte Liga Fehlanzeige gibt es an diesem Wochenende noch nicht. Die steigen erst nächste Woche wieder ein ins Spielgeschehen. Im Fußball in anderen Ländern gibt es noch was und zwar zum Beispiel, ach so ein kleiner Nachtrag zu gestern ist eine Winzigkeit, aber mich stört es, wenn ich es nicht korrigieren würde. Ich habe gesagt, Lazio Rom gegen Empoli 3 zu 3 und Empoli hat eine Nachspielzeit noch ausgeglichen. Es war andersrum, Lazio Rom hat ausgeglichen in der Nachspielzeit. Ich glaube, ich habe es falschrum gesagt, aber das ist hiermit jetzt auch korrigiert. Es bleibt beim Endergebnis 3 zu 3. In der französischen Liga hat gestern Olympique Marseille gewonnen, 1 zu 0 in Bordeaux und hat damit in der Tabelle seinen zweiten Platz gefestigt. Aber zehn Punkte hinter PSG wird das, glaube ich, auch nichts mehr mit der Meisterschaft für Marseille in diesem Jahr. England, FA Cup gestern noch ein Spiel, Manchester City zum Auftrag, gewinnt 4 zu 1 relativ humorlos bei Swindon Town und ist damit eine Runde weiter. Und das sind dann auch gleich so die Wettbewerbe, die es heute gibt. Italien macht Pause an diesem Wochenende, die hatten ja gerade jetzt auch den vollen Spieltag am 6. Also nicht in diesem Wochenende, heute machen sie Pause, morgen spielen sie wieder. Aber es gibt FA Cup live auf der Zone zu sehen. Zum Beispiel 13.45 Uhr Millwall gegen Crystal Palace, um 16 Uhr Leicester City gegen Watford und um 18.30 Uhr Chelsea gegen Chesterfield. Das aus dem FA Cup, die nächsten Spiele. Die Ligue 1, ja Lille gegen Lorient ist ausgefallen wegen Corona und Lens gegen Rennes spielt am Abend um 9. Ich glaube, es wird aber gar nicht gezeigt auf der Zone. Findet aber statt. Dafür zeigen sie aber La Liga und zwar alle vier Spiele auf der Zone live, wenn sie stattfinden. Stand jetzt gehen wir davon aus. Da haben wir unter anderem um 16.15 Uhr Real Sociedad gegen Celta Vigo. Wir haben um 18.30 Uhr den FC Barcelona in Granada und wir haben am Abend um 21 Uhr Real Madrid gegen den FC Valencia. Das heißt, Fußball noch ein bisschen mit angezogener Handbremse an diesem Wochenende. Aber es geht wieder langsam los. Nächste Woche wird es dann natürlich richtig ausatmen, wenn dann alle Ligen wieder da sind aus ihren Winterpausen. Gut, gucken wir zum Wintersport. Das ist das große Thema heute und da haben wir erst mal von gestern noch ein paar Ergebnisse reingeflattert bekommen. Man sagt nicht, wir haben sie reingeflattert bekommen. Die sind uns reingeflattert. Es gab die Premiere gestern in der nordischen Geschlechterkombination, habe ich es ja gestern im Videotitel genannt. Der erste, der allererste Mixt-Team-Nordische Kombinations-Weltcup-Wettbewerb jemals. Und das deutsche Team mit Jakob Lange, Cindy Harsch, Jenny Nowak und Terrence Weber hat dabei den dritten Platz belegt. Beledigt? Belegt. Schönes Ergebnis, Glückwunsch dazu. Zweiter Österreich und gewonnen haben völlig unüberraschend die Norwegerinnen und Norweger. So muss man es jetzt ja sagen an dieser Stelle. Gut, das ist also die Mix-Geschichte. Und dann wollen wir noch kurz ein paar Ergebnisse reinflattern lassen vom Skeletten. Da gab es in Winterberg Weltcup-Rennen Damen und Herren. Bei den Damen Jacky Lölling auf Platz 2 hinter der Niederländerin Kimberley Boss. Und bei den Männern Axel Jung auf Platz 2 hinter dem lettischen Weltcup-führenden Martins Dukurs. Das dazu. Und schließlich schlagen wir noch den Bogen zum Eisschnelllauf. Denn da ist ja die Europameisterschaft am Laufen. Und was soll ich sagen? 3000 Meter der Frauen. Beste Deutsche auf Platz 7 Claudia Pechstein. Das ist unglaublich, oder? Also, wie alt ist sie jetzt? Ich will jetzt nicht unhöflich sein. Ich müsste nachgucken, um ehrlich zu sein. Vielleicht sollte ich nachgucken, bevor ich jetzt irgendeine hohe Zahl hier in den Raum schmeiße, die dann gar nicht stimmt. Doch, 49. 49 ist die Gute. Älter als ich. Ich bin nicht mehr Siebter bei der Europameisterschaft in irgendwas. Ich war nie Siebter in irgendeiner Europameisterschaft in irgendwas. Also, gute Sache das. Irin Schauten aus den Niederlanden gewinnt den Europameistertitel über die 3000 Meter. Bei den Männern Joel Dufter auf Platz 5. Das ist auch toll. Der ist aber noch was jünger. Von daher. Aber tolles Ergebnis auch, der gute Joel Dufter. Gewonnen hier auch Niederlande und zwar Thomas Kroll, der gewinnt. Und die Niederlande gewinnen auch die Teamverfolgung der Männer. Und die Niederlande gewinnen nicht den Teamsprint der Frauen. Der geht nämlich an Polen. Die sind hier Europameisterinnen sozusagen geworden. Gut, die Europameisterschaften im Eisschnelllauf gehen heute weiter. Allerdings nicht im Fernsehen, sondern wer hat noch jemand den Eurosport Player? Das habe ich neulich ganz vergessen abzufragen, als ich hier mal im Adventskanäle die Medien abgefragt habe. Ich habe keine Ahnung, ob das noch jemand hat, Eurosport Player. Ich meine, man kriegt ja inzwischen Eurosport 1, Eurosport 2 kriegt man über diverse Anbieter ja auch mit rein. Bei Sky hat man noch die Eurosport 360 Kanäle. Aber den Eurosport Player, das schreibt man unten in die Kommentare. Wenn ihr ihn noch habt, fände ich mal interessant. Also, falls das irgendjemanden betrifft hier draußen, halb drei, könnt ihr heute 14.30 Uhr als Schnelllauf Europameisterschaften gucken. Den zweiten Tag aus Herdenfehn, wenn ihr das möchtet. Wer den Eurosport Player hat, jetzt Überleitung zum heutigen Wintersporttag, der kann auch Snowboard Cross gucken und zwar früh um sechs. Das ist eine ungewöhnliche Zeit, deswegen wird noch nichts im Fernsehen übertragen, weil ihr wahrscheinlich wisst, da guckt es niemand. Aus Krasnoyarsk, da gibt es den Skikross Weltcup. Und wer da so früh schon fit ist und den Eurosport Player besitzt, der kann da gerne reinschauen und Freude damit haben. Vielleicht ist auch der andere noch wach vom Tennis. Denn nicht vergessen, heute Nacht ist ja auch ATP Cup. 2.30 Uhr geht es los, also Nacht von Freitag auf Samstag. Das zweite Halbfinale läuft ja dann. Aber da kommen wir gleich noch dazu zum Tennis. Erstmal winnt der Sport noch der Tag. Jo, der beginnt dann so richtig um neun mit der Sportschau im Ersten und der beginnt auch um neun im Eurosport-Land. Eurosport 1, Eurosport 2. Und es ist richtig was los. Wie mache ich das jetzt hier am schlauesten? Ich ratter mal runter, was die Sportschau alles zeigen wird. Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt sage, die richtige Reihenfolge ist. Ihr findet auch eine Menge Livestreams noch auf sportschau.de. Und ansonsten wird auch eine ganze Menge Zeug auf Sportschau, die Sendung gezeigt, die dann von 9.15 Uhr angeht und wahrscheinlich wieder bis, ja, die geht dann wieder bis zum Abend in die Bundesliga-Berichterstattung rein. Also bis 18.30 Uhr kann man da Wintersport gucken, wenn man das möchte. Und zwar im Schnelldurchlauf. Also Snowboard Cross, Snowboard, Snowboard Cross, haben wir schon gesagt, in Krasnoyaz. Dann gibt es Rodeln in Sigulda. Dann gibt es Skialpin. Da sage ich vielleicht mal die Zeiten, weil es auf Eurosport auch noch extra läuft. Eurosport 1, Riesenslalom der Frauen in Krainz-Kagora. Erster Lauf um 9.30 Uhr. Zweiter Lauf, wer gerne Frauen Riesenslalom gucken will, 12.30 Uhr. So, dann eine deutsche Kombination. Ab 9.30 Uhr in Waldiefirme mit dem Männerwettbewerb. Auch der läuft auf Eurosport 2. Da wird gesprungen, 9.30 Uhr. Der Lauf dann um 12.30 Uhr. Stimmt 12.30 Uhr überhaupt? Ne, es stimmt überhaupt nicht. Doch 12.30 Uhr. Ne, 13.30 Uhr. Guck an. Ne, das sind die Frauen um 13.00 Uhr. Das bringt ja alles durcheinander. Also die Männer springen um 9.30 Uhr und laufen um 12.30 Uhr. Und die Frauen, die laufen um 13.30 Uhr und springen dann um 18.00 Uhr. Die machen es andersrum. Die machen erst ihren Langlauf und dann wird hinterher gesprungen und Nacht springen. Kann man ja immer machen. So, dann gibt es Riesenslalom der Männer aus Adelboden. Erster Lauf um 10.30 Uhr, auch auf Eurosport 1. Und im ersten Jahr der Sportshow natürlich. Zweiter Lauf, Riesenslalom der Männer um 13.30 Uhr. So, dann Rodel haben wir schon gehabt. Es gibt Monobob der Frauen in Winterberg. Es gibt Biathlon-Mixstaffel in Oberhof. Das gibt es ab Viertel nach 12.00 Uhr. Auch auf Eurosport 2 unter im ersten. Und dann gibt es noch in Biathlon, bleiben wir kurz dabei, die Single-Mixstaffel. Die gibt es dann um 14.45 Uhr. Auf Eurosport 1 dann wieder und auf Sportschau. Also ihr merkt schon, Eurosport muss man heute sehr viel hin und her switchen zwischen 1 und 2. Vielleicht doch lieber im ersten heute mal gucken. Da ist man, glaube ich, auf einem Kanal dann dabei. Dann wird wieder gerodelt. Einzel-Doppel habe ich Doppelsitz auch dabei. Dann gibt es noch Bobfahren im Winterberg mit dem Zweierbob der Männer. Es gibt parallel Riesenslalomen im Snowboard in Squall. Das findet dann auch statt auf Eurosport 2 wieder um 14.00 Uhr. Die Eißschnelllauf-EM, habe ich schon gesagt, ab 14.30 Uhr im Eurosport-Player. Oder eben dann auch Zusammenfassung im ersten. Skispringen gibt es in Bischofshof mal wieder. Ein Einzelspringen hatten wir ja erst zwei diese Woche. Diesmal aber nicht für Schanzen-Turnier, sondern nochmal einen Einzel-Wettcup. Den gibt es um 16.00 Uhr im ersten und auf Eurosport 1. Und dann gibt es, wie gesagt, um 18.00 Uhr noch die deutsche Kombination mit dem Frauenspringen. Das gibt es auf Eurosport 1 auch noch live. So, und dann irgendwann sind wir, glaube ich, durch mit dem Tag. Also es Wintersport, es Wintersportet überall. Macht einfach um 9.00 Uhr irgendwas an. Das erste oder einen der Eurosport-Kanäle. Und ihr bekommt Wintersport geboten. Und da wird man euch also verwöhnen auf jeden Fall. Am heutigen Tage. Und nicht vergessen, noch einen Monat bis Olympia. Bis Beijing. Gut. Dann kommen wir zum Tennis. Ich habe es gerade schon angedeutet. ATP Cup. Da haben wir inzwischen den ersten Finalisten. Und zwar gab es das erste Halbfinale. Das hat Spanien gewonnen gegen Polen mit 2 zu 1. Da haben die Spanier als erstes Team im Endspiel. Und die Gegner, die werden ermittelt dann heute Nacht jetzt im zweiten Halbfinale. In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen Kanada und Russland. So. Das Finale findet dann statt, wenn das schon jemand sich vormerken möchte, ab 7.30 Uhr am Sonntagfrüh. Also Nacht von Samstag heute auf Sonntagmorgen. 7.30 Uhr ATP Cup Finale zwischen Spanien und, wissen wir noch nicht, Kanada oder Russland. Falls das jemand gucken möchte, kann er sich das schon mal soweit einplanen. Dann schauen wir kurz aufs Eishockey. Die deutsche Eishockey-Liga hat gespielt. Bemerkenswert hier, dass die Eisbären Berlin gewonnen haben in Düsseldorf. Na, nicht bemerkenswert. Düsseldorf hat schon wieder verloren. Und Ingolstadt verliert bei den Fishtown Penguins nach Verlängerung. Tabelle schenke ich mir, weil der halbe Spieltag ausgefallen ist. Wegen Corona. Heute gibt es im Eishockey nur ein Spiel. Und das kommt nicht aus Deutschland. Das kommt aus der NHL. Und zwar Dallas Stars gegen Pittsburgh Penguins. 20 Uhr auf Sky Sport. Wer gerne Eishockey gucken möchte. Basketball-Bundesliga. Da hat gestern Abend Heidelberg gewonnen gegen Kreilsheim. Das ist für die Tabelle insofern interessant, weil die Heidelberger sich dadurch... Jetzt bräuchte ich hier meine Tabelle. Jetzt lädt sie gerade nicht. Das ist, wenn man das alles so digital macht. Zweiter Versuch. Ich kann die Punktzahlen nehmen hier auswendig. Nicht die Heidelberger. Die Kreilsheimer. Die Kreilsheimer haben sich auf Platz 4 weiter sitzen. Ich muss die Moderation anders anfangen. Die Kreilsheimer verharren auf Platz 4, weil sie ja verloren haben in Heidelberg. Ich will die Teams, glaube ich, gerade verwechseln. Mit 20 Punkten. Alba Berlin 20. Bayern München 22. Telekom Basketball 24. Das ist also die Top 4 momentan. Die Anzahl der Spiele allerdings 15, 14, 14, 16. Also auch hier eine unglaublich zerfledderte Tabelle, auf die wir eigentlich gar nicht so viel geben können im Moment. Ich muss auch eins sagen. Ich hatte ja eigentlich jetzt vor, im Januar wieder diese Fußballtabellen zu zeigen. Mit den Abständen der einzelnen Teams. Das ist momentan wird immer sinnfreier, je mehr Unterschiede in den absolvierten Spielen da existieren. Weil das kriege ich nicht abgebildet auf dieser Tabelle. Da hatte ich früher immer nochmal so ein Sternchen hinten dran, wenn jemand nochmal Nachholspiele hat. Aber inzwischen haben die teilweise 2, 3, 4 Nachholspiele. Das könnte ich jetzt alles mit Sternchen vollstopfen. Ich weiß noch nicht so recht. Ich überlege mir das nochmal. Vielleicht kommen die wieder. Vielleicht warte ich aber nochmal ein paar Wochen. Lasst euch überraschen. Wer heute Basketball gucken möchte, der kann nicht schauen. Bamberg gegen Würzburg. Das fällt nämlich aus. Ihr dürft raten, warum. Ihr richtig geraten. Und ansonsten drei Spiele sind angesetzt. 18 Uhr Gießen gegen Göttingen. 20.30 Uhr Ludwigsburg-Bayreuth. Und der Mitteldeutsche BC gegen Ulm. Und das alles auf Magenta-Sport. Oder ab 20.30 Uhr auch auf Sport 1. Die Partie zwischen dem Mitteldeutschen BC und Radzufahren-Ulm. Das gibt es also auch im Free-TV, wenn jemand da Bock hat, ein bisschen Basketball zu gucken. Herzlich willkommen. NBA gibt es auch auf der Zone am Abend. 21.30 Uhr die LA Clippers gegen die Memphis Grizzlies. So, apropos US Sports. Die NFL startet ihren letzten Spieltag heute mit zwei Spielen. Beide auf der Zone. Um 22.30 Uhr empfangen die Denver Broncos die Kansas City Chiefs. Für die Broncos geht es um nichts mehr. Die Chiefs sind in den Playoffs sicher drin. Die spielen noch um ihre Platzierung, die sie dort in der Setzliste bekommen. Auch Platz 1 ist für die noch drin. Damit hätten sie einen Freilos in der ersten Runde. Mal gucken, ob es klappt. Und wir haben um 2.15 Uhr auf der Zone, im Anschluss also, die Dallas Cowboys zu Gast bei den Philadelphia Eagles. Auch die Cowboys spielen noch um ihre Platzierung. Und die Eagles, die sind in den Playoffs drin. Bei denen geht es nur darum, ob sie Sechster oder Siebter werden. Die werden keine großen Sprünge mehr machen, sagen wir mal so. Aber trotzdem ein, denke ich, interessantes Duell, falls jemand dort nachts sowieso wach ist. Und das kann man ja wunderbar kombinieren. Man kann ATP Cup gucken und dazu die NFL schauen und schlafen nicht. Wir reden über die Nacht übrigens von Samstag auf Sonntag jetzt wieder. Nur das ATP Cup war in dieser Nacht jetzt. Alles andere dann da. Gut, das also auch. Und was haben wir noch? Ansonsten müssten wir, glaube ich, durch sein. Tennis hatten wir, Fußball hatten wir. Ich glaube, das war es dann. Ach ja, Volleyball wollte ich noch kurz erwähnen. Ach, Bier hat noch ein Ergebnis vergessen, habe ich ganz vergessen. Guck mal eine an. Sprint der Männer in Oberhof. Loginov gewinnt. Und Johannes Kühn auf Platz 4. Roman Rees auf Platz 5. Tolle Ergebnisse für die Deutschen. Männer. Bei den Frauen, Oldspiel Reuseland aus Norwegen gewinnt. Und die beste Deutsche hier. Ja, nicht ganz so erfolgreich wie bei den Männern. Vanessa Vogt auf Platz 12. Also für Tottenham hat es nicht gereicht. Da gibt es dann ja die Verfolgungsrennen am Sonntag. In diesen Ausgangssituationen. Ja, und in der Frauenvolleyball-Bundesliga gab es gestern Stuttgart gegen Phil Spieburg. Das hatte ich ja auch schon empfohlen im Free-TV. Und die Stuttgarterinnen haben gewonnen. Und damit ihre Tabellenführung bei 12 Siegen in 12 Spielen weiter ganz klar ausgebaut. Vor dem VfB Suhl und den Ladies in Black Aachen. Das sind doch noch Teamnamen. Schön. Ich wünsche euch einen schönen Samstag mit viel Sport. Ob ihr das Wintersport Inferno ausnutzt, was euch hier entgegen gefeuert kommt auf allen Kanälen. Oder ob ihr in der Bundesliga schaut mal wieder zum Rückrundenauftakt. Oder ob es dann doch eine der anderen genannten Sportarten wird. Sucht euch was Nettes raus. Macht es euch gemütlich. Und habt ganz viel Spaß mit dem, was ihr dann dort schaut. Wenn ihr morgen früh ein bisschen was entbehren könnt. Oder auch vielleicht in der Nacht schon. Würde ich mich freuen, wenn ihr bei mir wieder reinschaut. Wir gucken morgen unter anderem nochmal auf die NFL. Letzter Spieltag steht ja morgen an. Und der Afrika Cup startet morgen. Das heißt, die erste kontinentale Fußballmeisterschaft des Jahres beginnt. Und auch da bringe ich euch ein bisschen auf den aktuellen Stand. Wie wird gespielt? Wer spielt mit? Wo wird es übertragen? Und so weiter. Dazu dann morgen mehr. Und natürlich wieder Wintersport. Und natürlich wieder Fußball. Und das Übliche. Dankeschön. Bis morgen. Tschüss.